Wer sich öfter mit dem Thema Bahn auseinandersetzt, weiß es natürlich längst. Wenn es ums Zugfahren geht, ist die Schweiz Europas Vorreiter. Und das unter einigen guten Bahnen. Aber warum ist das eigentlich so? Das erfahrt ihr in diesem Video. Denn heute geht es um 5 Gründe, warum die Schweizer Eisenbahnen besonders gut sind. Die Schweiz gilt schon im Volksmund als jenes Land mit der besten Eisenbahn Europas. Das wissen nicht nur die Schweizer selbst, die meist sehr stolz auf ihrer Bahn sind, sondern es ist auch der Bevölkerung in den Nachbarländern meist bekannt. Dieses positive Vorurteil lässt sich auch durch Zahlen belegen. In keinem anderen Land der Welt wird pro Person so viel Zug gefahren. Ganze 2277 Kilometer im Jahr. Hochgerechnet ist das rund doppelt so viel wie in Deutschland. Der Modalsplit, also der Anteil der Bahn an der gesamten Verkehrsleistung, ist mit über 17% ebenfalls mehr als doppelt so hoch als jener in Deutschland und beträgt immerhin 6% mehr als in Österreich. Und auch die Elektrifizierung des Streckennetzes mit 100% bei rätischer Bahn und BLS und 99,98% bei der SBB wird wohl in keinem anderen Land Europas in den nächsten Jahrzehnten erreicht werden. Zum Vergleich, in Österreich liegt die Elektrifizierungsquote bei 72%. In Deutschland sind es rund 61%, EU-weit im Durchschnitt nur 55%. All diese Zahlen sind sehr beeindruckend. Doch was bringt denn nun konkret die Fahrgäste in der Schweiz dazu, möglichst oft auf den Zug umzusteigen, beziehungsweise mit ihren Bahngesellschaften besonders zufrieden zu sein? Das sehen wir uns in 5 Punkten an. 1. Die Bahnen sind sehr zuverlässig. Der wohl am häufigsten erwähnte Punkt, wenn über das Schweizer Bahnsystem gesprochen wird, ist die große Zuverlässigkeit der Züge. Im letzten Jahr waren 91,9% aller Züge im Personenverkehr der SBB pünktlich. Das bedeutet, dass sie weniger als drei Minuten verspätet an ihrem Zielbahnhof angekommen sind. Die Anschlusspünktlichkeit liegt noch deutlich darüber. 98,9% der Reisenden haben ihre Anschlüsse 2021 erreicht. Und das bei den oft sehr kurzen Umsteigerzeiten an Schweizer Bahnhöfen. Als Grund für die guten Werte sind wohl vor allem bessere Planungen von Baustellen und modernes, gut gewartetes Rollmaterial zu sehen. Auch Infrastrukturstörungen sind äußerst selten. Das verbessert die Pünktlichkeit der Züge natürlich weiter. Die BLS war mit 94,9% nochmals pünktlich als die SBB, die Rhetische Bahn mit 89,4% etwas weniger pünktlich. Bei der SBB Cargo waren ebenfalls 91% aller Züge im Fahrplan unterwegs, was gerade im Güterverkehr nun wirklich nicht selbstverständlich ist. Mit letzterem zeigte man sich aber nicht zufrieden und strebt deshalb 93% Sendungspünktlichkeit an. Das ist natürlich auch für Spediteure attraktiv, die mit der Bahn die Schweizer Nachtfahrverbote für LKW ökologisch umgehen können. Aber die Zuverlässigkeit besteht ja nicht nur aus der Pünktlichkeit der Züge, auch wenn dies der wichtigste Faktor ist. Auch, dass die angegebene Wagenreihung praktisch immer eingehalten wird und es selten zu kurzfristigen Gleiswechseln kommt, hilft den Fahrgästen sich an Routinen zu gewöhnen und stresslos unterwegs zu sein. Zweitens. Es gibt einen durchgängigen Taktfahrplan. Dazu, dass Bahnreisen wie gewohnt funktionieren, trägt auch der schweizweite integrale Taktfahrplan bei. Er erfüllt gleich mehrere wichtige Aufgaben. Zuallererst ermöglicht er leicht merkbare und stets idente Abfahrten und Fahrzeiten derselben Zugslinien. So fährt eine Regionalverbindung nicht, wie oft in Deutschland, alle 9 bis 16 Minuten, sondern zum Beispiel alle 10 Minuten. Diese Abfahrtszeit bleibt dann stets gleich. Besagter Zug fährt dann also beispielsweise um 8 Uhr, um 8.10 Uhr, um 8.20 Uhr und dann beispielsweise um 9.20 Uhr, um 10.20 Uhr und so weiter. Logischerweise eben alle 10 Minuten. Auch die Fahrzeiten sind dadurch natürlich immer gleich und es besteht eine sogenannte Taktsymmetrie. Zwei Züge fahren an unterschiedlichen Orten gleichzeitig los, treffen sich in der Mitte und kommen zur selben Zeit an ihrem jeweiligen Zielbahnhof an. Somit genügt es, eine Abfahrtszeit und die Frequenz des Zuges zu wissen. Dann kennt man automatisch alle anderen Fahrzeiten der Linie. Das funktioniert auch in Österreich sowohl für den Regional- als auch den Fernverkehr großflächig sehr gut. Der Schweizer Taktfahrplan, den es mittlerweile bereits seit 40 Jahren gibt, geht aber mit dem Knotenkonzept noch deutlich weiter. Vereinfacht gesagt werden durch ein sorgfältig entwickeltes System die wichtigsten Knotenpunkte von den meisten Zügen im Halbstundentakt wie in Zürich rund um die volle und halbe Stunde bedient. Zu diesen Zeiten kommen die meisten Züge an und fahren wenige Minuten später wieder ab. Somit ist ein rascher Umstieg von den meisten Zügen in die meisten anderen Züge an vielen Knotenpunkten schweizweit möglich. Deshalb sind auch die Umsteigerzeiten sehr oft äußerst kurz, gerade so bemessen, dass der Bahnsteigwechsel klappt. Dies wiederum führt zu kürzeren Fahrzeiten, da weniger gewartet werden muss und das macht die Bahn natürlich noch attraktiver. Gleichzeitig lässt sich dieses System aber nur mit einer hohen Pünktlichkeit erfolgreich ausführen, da es eben keine Pufferzeiten gibt. Ein ähnlicher Taktfahrplan wird unter dem Namen Deutschland-Takt derzeit auch für die Bundesrepublik geplant. Ein eigenes Video dazu, das allerdings schon etwas älter ist, findet ihr in der Infokarte. Drittens, man kommt mit dem öffentlichen Verkehr praktisch überall hin. Zum Taktfahrplan passt auch die Abdeckung ländlicher Gebiete mit dem öffentlichen Verkehr. Denn auch Busse und andere ÖPNV sind in diesen eingebunden, sodass auch entlegenere Orte komfortabel und effizient erreicht werden können, selbst wenn eben kein Bahnhof in der Nähe ist. Meist befindet sich aber eine Station im Umfeld, denn im Durchschnitt beträgt die Distanz zwischen zwei Schweizer Bahnhöfen oder Haltestellen nur 4 Kilometer. Auch diese Zahl zeigt, wie dicht das Schweizer Streckennetz ist und ist ein weiterer Grund, warum die Bevölkerung ihrer Bahn die Treue hält. Das Schweizer Streckennetz ist knapp 5200 Kilometer lang und damit rund 200 Kilometer länger als jenes Eisenbahnstreckennetz, das Österreich verbindet. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass die Schweiz als Land nur halb so groß ist wie Österreich. Gesamt gesehen wird hiermit das dichteste Eisenbahnnetz der Welt geboten. Viertens, der Service ist ausgezeichnet. Zugegeben, dieser Punkt ist ganz allgemein charakteristisch für die Schweiz. Trotzdem ist es erwähnenswert, dass das Personal der Bahngesellschaften hier keine Ausnahme darstellt. Freundlich, kompetent und empathisch sind Adjektive, mit denen man den Großteil des Schweizer Bahnpersonals beschreiben kann. Egal ob im Zug, am Bahnhof oder in den Reisezentren, man wird gut beraten und betreut. Selbiges trifft auch auf den schnellen und sehr lösungsorientierten Kundenservice zu, beispielsweise wenn es um den Swiss Pass geht. Und sollte doch einmal einer Störung auftreten, wird das Problem nicht nur außergewöhnlich schnell gelöst, sondern es wird auch transparent und aktuell über die Ursache der Verzögerung und daraus resultierende Änderungen kommuniziert. Dieses hervorragende Personal wird allerdings leider weniger. Auf der einen Seite finden sich teils nicht genug neue Mitarbeitende, auf der anderen Seite verfolgen die SBB einen Sparplan, weshalb ähnlich zu den meisten anderen Ländern immer mehr Billetschalter an kleineren Bahnhöfen geschlossen und dort einen Ticketautomaten ersetzt werden. Auch wenn nur noch wenige Menschen ihr Billet am Schalter erwerben, ist dies gerade für ältere Menschen durchaus ein Ärgernis. 5. Die Bevölkerung wird mit einbezogen Der letzte Grund in dieser Auflistung, welcher man auch noch fortsetzen könnte, ist die Teilhabe der Bürger an Prozessen der Bahn. Hier sind vor allem Bauvorhaben gemeint, bei denen sich die Anwohner über das Vorhaben im Detail informieren können und auch während des Baus immer wieder aktuelle Informationen erhalten. Auch Diskussionen über den genauen Verlauf der Tätigkeiten und neuen Infrastruktur sind oft möglich. Dadurch werden die Betroffenen mit einbezogen und fühlen sich gehört. In Folge gibt es seltener Klagen von Bürgern oder Organisationen und das Vorhaben kann so schneller durchgeführt werden. Dies lässt sich die SBB auch etwas kosten und verknüpft logische und transparente Kommunikation mit geselligen Festen für die Anrainer. Solche Maßnahmen werden auch in Österreich und Deutschland durchgeführt, scheinen aber in der Schweiz den größten Erfolg zu haben. Fallen euch noch weitere Gründe ein, die die Schweizer Bahnen zu den besten Europas machen? Dann schreibt uns das doch in die Kommentare. Natürlich gibt es aber auch bei den Schweizer Bahnen Verbesserungsbedarf. Viele Züge besitzen fast ausschließlich die eher unbeliebten Vierer-Sitzgruppen, nur wenige haben WLAN, was vor allem für Touristen ärgerlich ist und die Frauenquote der Mitarbeitenden ist im europaweiten Vergleich sehr niedrig. Trotzdem hat die Schweiz ihren Ruf als europäisches Bahnland Nummer 1 auf jeden Fall zu Recht und dient vielen anderen Ländern mit der ein oder anderen Errungenschaft als Vorbild. Wenn ihr noch mehr zur Bahn der Schweiz und auch Österreichs und Deutschlands erfahren wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal, denn so bleibt ihr stets über die aktuellsten Entwicklungen informiert. Und wer noch mehr Bahn will, folgt Eisenbahn in Österreich, Deutschland und der Schweiz am besten auch gleich noch auf Instagram und Twitter. Vielen Dank dafür und natürlich fürs Zusehen und bis nächste Woche.